deiner Karriere bereits absolviert. Davon auch einige in der zweiten Bundesliga und jetzt in der dritten Liga, aber der Spielvereiniger und Unterhaching. Unser heutiger Gast ist Paul Grauschopf. Servus, Paul. Cool, dass du dir die Zeit nimmst. Hi, servus. Vielen Dank. Wir starten gleich mal mit etwas Aktuellem. Es war in den Medien die Niederlage gegen den SCW. Ihr wart bis zur 87. Minute vorne und dann verliert ihr doch noch 3 zu 4. Woran hat es gelegen? Ja, ganz schwierig zu erklären, ehrlich gesagt. Ich glaube, im Fußball gibt es manche Sachen, die man einfach auch nicht erklären kann. Da, glaube ich, fällt auch jetzt unsere Niederlage irgendwo drunter. Ja, gewissermaßen sitzt der Schock schon noch tief. Muss man ganz klar so sagen. Aber ja, hilft nichts. Gehört leider auch zum Fußball dazu. Auch so bitte. Die Niederlagen gibt es halt einfach. Abhaken und weiter geht's. Wie hast du persönlich diese Niederlage verarbeitet, aber auch ihr als Team gemeinsam, nicht nur sportlich, sondern vielleicht auch mental gesehen? Ja, wir hatten einen Tag danach frei. Insofern ging es für den einen oder anderen wahrscheinlich heim zur Familie halt oder seinen Liebsten. Oder konnte jeder halt so den Tag irgendwie für sich verbringen. Ja, ich glaube, so richtig aus dem Kopf bringt man das halt nicht raus. Aber ja, glaube ich, da über die Jahre lernt jeder selber damit umzugehen. Jeder irgendwo sein eigenes Ding dann. Aber wie gesagt, so ganz raus aus dem Kopf ist immer noch nicht. Also das, glaube ich, braucht auch noch ein bisschen. Aber geht am Samstag wieder weiter. Deswegen sollte man das auf jeden Fall möglichst schnell irgendwie abhaken. Sehr gut. Es gibt immer Überraschungen. Die Niederlage war eine sowas. 2020 war Corona die Überraschung. Deswegen eine etwas andere Winterpause als normalerweise. Wie habt ihr die Winterpause genutzt? Vielleicht auch du persönlich. Was war ganz anders als sonst? Ja, ganz anders war natürlich in erster Linie mal die Länge. War natürlich wesentlich kürzer als man es gewohnt ist. Oder als sonst ging er quasi im Jahr 2020 auch schon wieder los mit der Rückrunde oder mit der Vorbereitung. Ja, viel ging natürlich nicht. Ich meine, wegfahren oder sonstige Aktivitäten war natürlich nicht wirklich möglich. Deswegen alles im Rahmen der Möglichkeiten halt zu Hause, im Kreis der Familie. Klar, da kann man immer meistens am besten abschalten. Oder macht es auch am Weihnachtstag am meisten Spaß. Insofern, ja, kein großes Tamtam. Einfach ganz entspannt zu Hause gewesen und jeder ein bisschen die Füße ausgestreckt und ein bisschen sich erholt einfach, ja. Sehr schön. Wir bleiben gleich mal beim Sportlichen, schauen jetzt aber in die Zukunft. Das nächste Spiel ist gegen Magdeburg. Die stehen relativ weit unten in der Tabelle. Wie wollt ihr dieses Spiel gewinnen und wieder wichtige drei Punkte einholen? Ja, wie wollen wir das Spiel gewinnen? Am besten klassischer Spruch, ein Tor mehr schießen als der Gegner. Ne, ich meine, unsere Punkteausbeute ist einfach noch nicht so gut. Trotzdem, glaube ich, spiegelt das nicht ganz unsere Leistungen wieder. Klar, wir haben einfach noch krasse Schwankungen drinnen. Die heißt es einfach, in den Griff zu kriegen. Wir wollen einfach konstanter spielen, unsere guten Leistungen konstanter bringen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir auch gegen Magdeburg eine riesen Chance haben, wie gegen jeden Gegner in der Liga. Und ja, wenn wir das einigermaßen hinkriegen, dann bin ich fest auf die Überzeugung, dass wir auch gegen Magdeburg, ja, dass wir da uns einen langersehenden Sieg holen. Okay. Mal weg von Haching und mehr zu deiner Vergangenheit. Du warst auch beim FC Ingolstadt in der zweiten Liga damals. Wie soll es für dich karriere-technisch weitergehen? Vielleicht wieder in die zweite Liga? Oder wie schätzt du es ein? Ja, ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass ich gleich ab beim FC Ingolstadt oft in der zweiten Liga-Team mittrainiert habe, aber jetzt kein Einsatz. Also ich habe da schon vorwiegend in der zweiten Mannschaft auch gespielt. Insofern kein zweitlicher Einsatz, ja. Wie soll es weitergehen? Klar, irgendwo träumen wir immer, aber ich meine, im Moment bin ich in Haching. Ich will einfach hier versuchen, mein Level konstant zu verbessern und meine Leistungen irgendwo, ja, einfach auf konstant höheres Niveau bringen. Und das ist eigentlich alles, woran ich im Moment denke, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, bevor man von größerem träumt, muss man erstmal schauen, dass man seine aktuellen Aufgaben ordentlich liefert. Und wenn mir das gelingen sollte, dann denkt man vielleicht ans andere. Aber im Moment, ehrlich gesagt, denke ich an nichts anderes als an das Ganze hier. Okay. Gleich nochmal, wir bleiben bei der Vergangenheit. Du warst bei Jan Regensburg, Reuter Viert und auch RB Leipzig. An was erinnerst du dich gerne zurück aus deiner Jugend, aus diesen Zeiten bei den drei Vereinen? Was war vielleicht auch die schönste oder auch die lehrreichste Station? Oh, schwierige Frage. Alles auf jeden Fall auf seine Art und Weise sehr lehrreich. Ich meine, bei Regensburg war ich noch relativ jung, war ja noch zu Hause gewohnt. Ja, war aber auch eine wunderschöne Zeit. Und Fürth war da wahrscheinlich die prägendste Zeit mit den drei Jahren dort, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich ja so den Hauptteil meines Jugendfußballs sozusagen verbracht habe. war aber auch Leipzig, wo ich zwar nur ein Jahr war, aber das war definitiv auch prägend, weil, ich meine, sehr bekannt, die ganzen Voraussetzungen, die der Verein hat, was das alles mitbringt. Ich meine, konnte ich auch so einiges lernen. Insofern schwierig, was am prägendsten war. Ja, alles seinen Reiz gehabt, alles sehr, sehr interessant gewesen. Und ja, ich hätte nichts davon missen wollen auf jeden Fall. Okay. Noch kurzen Ausblick auf die restliche Saison. Wie schafft ihr es, euch von den Abstiegsplätzen fernzuhalten? Und welchen Anzahl hast du daran? Ja, wie vorher schon angedeutet, einfach unser Niveau, das wir auf jeden Fall an den Tag bringen können, einfach konstanter zeigen, einfach unsere guten Leistungen konstanter zeigen, dass wir ja nicht solche Riesenschwankungen drin haben, wie wir es einfach in der Saison leider haben. Und ja, einfach ein bisschen abgeklärt, ein bisschen abgewichst. Ich meine, das war jetzt das beste Beispiel, dass wir uns jetzt am Dienstag halt noch den Sieg nehmen lassen. Das spricht halt auch dafür einfach, dass wir noch nicht ganz so gefestigt sind, wie wir es gern wären. Und ja, da gibt es so zwei, drei Punkte, die werden wir einfach verbessern. Dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir da einen Riesenschritt nach vorne machen und nichts mehr im Abstieg zu tun haben werden. Und ja, selber, ich hoffe natürlich, ich kann einen großen Teil dazu beitragen. Ich hoffe, dass ich weiterhin auf gut Spielzeit komme, dass ich weiterhin meine Leistung einbringen kann und dass ich einfach mal der Mannschaft und den Vereinen viel zurückgeben kann. Und dann hoffen wir das Beste. Okay, dann haben wir es auch schon. Danke dir für deine Zeit und in Magdeburg und für die restliche Saison. Alles Gute, viel Erfolg. Vielen Dank. Danke sehr. Gerne. Ciao, servus. Ciao.